Was ist die Zukunft der Normung? Heute hier auf dem Innovation Campus hat sich mal wieder gezeigt, dass wir ein Nachwuchsproblem in der Normung haben. Deswegen haben wir von der Next Generation auch einen Workshop organisiert, wo es um die Zukunft der Normung geht. Und dort sind sehr, sehr viele gute Ansätze erarbeitet worden, was wir als konkrete Maßnahmen umsetzen können, um das ganze Thema anzugehen. Wir möchten diese Maßnahmen in der Next Generation aufgreifen, aber auch mit den anderen Experten weiterentwickeln. Was uns einfach total wichtig ist, ist, dass die Next Generation BKE als Anlaufstelle wahrgenommen wird für junge Normerinnen, vor allem erstmal für Studierende und Young Professionals, dass die wissen, an wen sie sich richten können, wenn sie Hilfe bekommen möchten für einen Einstieg in die Normung. Also wir sind zum einen dazu da, Wissen zu vermitteln, dass man lernt, wie funktioniert überhaupt dieses System Normung. Aber wir sind auch dafür da, eine Community zu bilden, dass wir uns gegenseitig helfen und unterstützen und auch den Kontakt zu den bereits etablierten Experten und Expertinnen herzustellen. Was ich aus unserer Community so mitgekriegt habe, ist, dass man mit der Normung auch am Puls der Zeit ist. Also man kriegt wirklich mit, was auf dem Markt passiert. Man kann sich mit anderen Leuten austauschen und natürlich auch dieses Miteinander. Also das ist jetzt auch auf einer sozialen Seite zu sehen. Wir haben hier heute auch eine schöne Gruppe gehabt und wir merken einfach, da kommen wieder Kontakte. Wir selbst haben uns jetzt diese Community aufgebaut und die ist halt auch international. Und das hat einen Reiz. Und das hat einen Reiz.